Hallo ihr Wundervollen, hier ist wieder die Party, heute wieder mit dem Divine Donnerstag. Das heißt, wir schauen in die Karten, was die geistige Welt dir jetzt gerade sagen möchte, was jetzt gerade für dich relevant ist zu wissen. Und wie immer ist das eine zeitlose Legung, das heißt, ganz egal wann du einschaltest, sie gilt genau für den Moment für dich. Und du kannst jetzt für dich auswählen, ob du sagst, es gibt so ein Thema, da möchte ich jetzt unbedingt einen Rat der geistigen Welt haben, da möchte ich jetzt unbedingt dazu etwas hören, oder ob du sagst, ich schaue mal ganz offen rein und gucke einfach mal, für was das gerade bestimmt sein könnte, für welchen Bereich oder für welches Thema. Das ist dir überlassen. Wir schauen erst mal rein mit den Orakelkarten, was gerade hier so die Hauptbotschaft ist, die durchkommen will. Was die Hauptbotschaft ist, die zu dir strömen möchte. So. Was ist die Hauptbotschaft der geistigen Welt? Da war schon der Stopp. Wow. Da war es schon. Das ist es gerade. Um was geht es hier? Abnehmender Halbmond im Steinbock. Lass die Vergangenheit ruhen. Ganz, ganz spannend. Denn Steinbock zum Beispiel hier auch, das ist auch das Prinzip des Pragmatismus. Der Steinbock ist sehr pragmatisch und der sagt einfach, du, Vergangen ist Vergangen und jetzt blicke ich nach vorne. Der ist nicht melancholisch. Der hängt nicht in der Vergangenheit. Was gibt es, wo du gerade noch in der Vergangenheit rumschwirrst mit den Gedanken, immer wieder dahin zurückkehrst und wo du vielleicht auch Energie ein bisschen immer wieder dadurch verlierst, weil du so viel in der Vergangenheit bist? Diese Karte sagt, hier, es gibt etwas, was jetzt in der Vergangenheit bleiben darf und wo du dich jetzt auf die Zukunft ausrichten darfst. Also check mal mit dir ein. Es könnte sein, dass das hier ein Partner ist, wo du sagst, oh, da zieht es mich immer wieder hin, Ex-Partner. Gedanklich. Es kann aber auch sein, dass du irgendwas bereust, ja, dass du glaubst, einen Fehler gemacht zu haben, was verpasst zu haben. Check mal hier mit dir ein und dann lass das auch wirklich in der Vergangenheit. Es war perfekt, wie es war, weißt du? Das ist das, was diese Karte hier sagt. Und du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern. Ja, der Steinbock ist da eben sehr pragmatisch und der ist auch sehr geerdet, ja. Und der sagt einfach, jetzt geht es weiter und das nächste Mal kannst du es anders machen. Das ist so die Energie, ja. Das ist die Energie. Okay, dann schauen wir mal in die Tarotkarten und gucken natürlich jetzt etwas näher rein, um was es hier genau geht, ja, was du hier wissen darfst. Und, ja, gucken mal, welche Informationen dich hier gerade erreichen wollen. Die zwei Karten, oh, drei sind es sogar. Ja, die ziehen wir zuerst, beziehungsweise schauen wir zuerst an. Königin der Schwerter. Das ist auch zum Beispiel, das ist zwar ein Luftzeichen, aber die Königin der Schwerter ist trotzdem so in dieser Haltung, dass sie die Fesseln zur Vergangenheit durchschneidet. Ja, das bist du. Es geht jetzt hier darum, dass du dich klar auf die Zukunft ausrichtest, nicht zurückschaust. Hier auch, guck mal, die Wolken der Vergangenheit, siehst du das, hinter dir lässt und dich darüber hinweg erhebst, ja. Vielleicht steht auch bei dem einen oder anderen ein klärendes Gespräch hier an, was du jetzt endlich führen solltest, um eben die Vergangenheit abzuschließen. Vielleicht möchtest du auch nochmal einen Brief schreiben. Selbst wenn du ihn nicht abschickst, aber das könnte hier wichtig für dich sein, dass du jetzt gewisse Worte endlich aussprichst, niederschreibst und und damit dann auch etwas abschließt, ja. Hier geht es ganz viel darum, etwas abzuschließen. Lass mich mal kurz gucken. Ja, wir sehen die Karten. Du weißt, das ist jetzt an der Zeit, ja. Du fühlst, das ist so die göttliche Führung, ja. Das ist jetzt unausweichlich und du weißt auch, dass es dann weitergeht auf ein höheres Level. Du möchtest auch dich mehr wirklich deinem Lebenssinn geradezuwenden. Und das ist auch richtig so. Und dafür musst du vielleicht manche Dinge klären aus der Vergangenheit. Was ich auch ganz stark reinkriege, ist irgendwie so ein Gefühl von nicht gut genug zu sein in der Vergangenheit zu lassen. Ja, das ist jetzt einfach mal zurückzulassen. Das kriege ich, ja schon mal, zurücklassen. Da darf etwas einen Tod sterben. Und vor allem, wir haben hier die Gedanken. Es gibt gewisse Gedanken, die einen Tod sterben dürfen, aber auch hier wieder klärende Gespräche, Dinge, die im Raum stehen, unausgesprochene Worte, die im Raum stehen, die jetzt ausgesprochen werden dürfen. Ich nehme mal die drei Karten so zusammen, weil die stehen jetzt gerade hier wirklich so für sich. Hier gibt es unausgesprochene Worte, die jetzt wirklich landen dürfen. Hier gibt es aber auch wirklich so Mangelgedanken, so erschöpfende Mangelgedanken, die mit dir selbst zu tun haben. Von ich bin nicht gut genug, nicht weit genug, ich kann das nicht, ich bin nicht schön genug. Da gibt es etwas und das hat seinen Ursprung in deiner Kindheit. Und jetzt ist es an der Zeit zu sagen, okay, das war ein Teil meines Lebens, aber das muss nicht mein weiteres Leben bestimmen. Und das ist, was dir die geistige Welt gerade sagen möchte, dass das hier ganz wichtig ist, zu einem Abschluss zu kommen. Und das, schau mal, du hast da auch wirklich dran gearbeitet. Du hast da dran schon gearbeitet und jetzt bist du soweit, das wirklich in der Vergangenheit zu lassen. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass es wichtig ist, das in der Vergangenheit zu lassen, weil es gibt eine Sache, an der du arbeitest, worauf du dich hinbewegst. Das hat was mit deinem Seelenweg zu tun, mit deinem Seelenplan, mit deiner Bestimmung, mit so wirklich der richtigen Sache für dein Leben. Und da arbeitest du an etwas, das kann eine Beziehung sein, das kann jobmäßig was sein, ein Ziel, ja, woran du arbeitest. Und das steht dir gerade noch im Weg. Diese Beziehung oder diese Gedanken, das steht dir gerade noch im Weg. Und du darfst das jetzt hier wirklich in der Vergangenheit lassen. Okay, schauen wir mal rein. Was haben wir hier noch für weitere Botschaften der geistigen Welt, die dich gerade erreichen sollen? Du wirst eine neue Form von Liebe erfahren, eine neue Form von Anerkennung. Und ich habe den Eindruck, das ist wirklich was sehr Schönes. Da wartet auf dich etwas, ja. Auf dich wartet wirklich eine ganz tiefe Form von Anerkennung, die aber nicht aufgrund von Leistung basiert oder aufgrund von anderen Menschen, sondern die viel mehr göttlich geführt ist. Das ist was, was ich hier ganz stark reinkriege. Eine göttliche Form von Anerkennung, von Liebe, von Wertschätzung dir gegenüber. Wo fährst du da noch hin? Ich möchte mal wissen, wo fährst du da noch hin? Ja, schau mal. Und dann haben wir schon wieder zum einen den Seelenweg. Du fährst gerade volle Kanne voraus auf deinen Seelenweg zu. Vor allem, wenn du bereit bist, diese eine Sache in der Vergangenheit zu lassen. Diese eine Sache zu klären für dich. Zu klären bedeutet auch, dass wir nach vorne weg quasi wirklich klar blicken und nicht durch den Nebel der Vergangenheit. Es geht hier darum, dass du in die Zukunft mit ganz viel Klarheit blickst und dass du auch bereit bist, alte Dinge hinter dir zu lassen. Und hier haben wir definitiv auch familiäre Themen, Kindheitsthemen, wo du einfach sagst, es bleibt jetzt zurück in der Vergangenheit. Und was wir dann hier haben, worauf du dich zu bewegst, das Potenzial, was hier liegt, da wartet jemand auf dich. Da wartet dein Seelenweg oder tatsächlich ein Mensch auf dich, der sich mit dir verbinden will. Da warten allgemein Menschen auf dich, die Liebenden. Ja, da wartet wirklich die Begegnung mit der Liebe auf dich, die Begegnung mit deinem Herzensweg, mit Herzensmenschen. Da wartet auch wirklich gefühlt deine Seelenfamilie auf dich, die sich für dich schon entschieden hat, die schon bereit ist und die wartet nur noch, dass du kommst. Und damit du quasi die Leinen dieses Bootes hier losmachen kannst und wirklich in was Neues reingehen kannst, musst du eben diese Fesseln hin zur Vergangenheit, hin zu Themen aus deiner Kindheit, aus deiner Familie, also aus deiner Herzkunftsfamilie, hier wirklich durchtrennen und die Vergangenheit ruhen lassen. Königin der Münzen hinten, das bist du, ja. Eine Frau, die ihren Wert kennt, das ist das, wo du dich hinbewegst, ja, ich möchte es mal hier hinlegen. Eine Frau, die wirklich ihren Wert kennt, eine Frau, die wirklich in sich ruhend ist. Und das ist jetzt die letzte Hürde sozusagen. Ich habe wirklich den Eindruck, das ist so die letzte kleine Sache, die du jetzt machen darfst. Du sitzt schon in dem Boot. Du hast dir schon Unterstützung geholt, ja. Da sind schon Menschen, die dich unterstützen wollen auf diesem Weg, Energien, die dich unterstützen wollen. Es ist alles da so. Das Universum sagt, okay, wir sind auch ready, wir wollen dich da supporten. Es ist alles bereit. Alles ist bereit. Und das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist diese Leinen durchschneiden, diese Fesseln durchschneiden, damit das Schiff dann auch wirklich losfahren kann. Und das ist das Einzige, was fehlt. Und was mir hier eben angezeigt wird, ist klärendes Gespräch, für dich nochmal ganz klar haben, welche Fesseln durchtrennst du. Vielleicht nochmal einen Abschiedsbrief, auch an dein vergangenes Ich zu schreiben. Ja, also wirklich hier Wertschätzung für das, was war, aber auch Pragmatismus, dass du dich jetzt neu ausrichten darfst. Das ist, was ich ganz massiv hier reinkriege. Was haben wir hier noch, was zu dir fließen will? Gibt es noch Informationen? Ui, 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 ui. Das war jetzt meine Unachtsamkeit. So, was haben wir hier noch für Informationen, die zu dir kommen wollen? Die schauen wir uns noch an, diese zwei Karten. Die schauen wir uns noch an. Ich rutsche das mal so ein bisschen noch auf, weil wir haben hier wirklich einmal eben das Thema klärende Gespräche. Wir haben hier wirklich das Thema, die Leinen jetzt loszumachen. Irgendwas hält dich hier noch zurück aus deiner Vergangenheit. Was darfst du da wirklich zurücklassen, deinen Wert, um deinen Wert zu erkennen und auch tatsächlich hier die finanzielle Fülle für dich freizuschalten durchaus auch. Aber auch das Thema Wert, deinen Wert, ja. Selbstliebe, deinen Wert. Was ich hier noch habe, was dir die geistige Welt noch sagen möchte, ist, dir werden oder dir sind vielleicht gerade nicht alle im ersten Moment wohlgesonnen. Ja, ich habe so das Thema Neid hier ein bisschen liegen. Das Thema, dass Menschen vielleicht versuchen wollen, dich zu verunsichern, dich wieder in die Vergangenheit zurückzuziehen. Und was hier wichtig ist, was ich die geistige Welt wissen lassen möchte, ist, du musst gerade und solltest auch gerade nicht jedem von deinen Vorhaben erzählen. Du musst nicht jeden in deine Pläne einweihen. Du darfst Dinge für dich behalten. Und es ist, ihr Lieben, ganz wichtig, jetzt hier auch damit sehr wertschätzend umzugehen mit deinen Zielen, deinen Plänen, deine Visionen, deinen Vorhaben, weil das sind deine Schätze. Und die darfst du auch ein bisschen hüten. So lange, bis du wirklich da auch losgefahren bist, sozusagen, ja. Fang nicht an, von deinen Plänen zu erzählen, bevor du die Fesseln mit diesem Schiff hier durchgeschnitten hast, sondern ruft an, wenn du da auf der anderen Seite des Ufers bist. Dann kannst du mal anrufen und sagen, hey, übrigens, ja. Also, erlaube dir, dass du für, ein Stück weit Dinge für dich gerade behältst. Das ist was sehr Wichtiges gerade, was hier zu dir kommen will. Behalte Dinge für dich. Du wirst wissen, was es ist, weil der Page der Stäbe zeigt es auch hinten. Das sind gewisse Vorhaben, die du hast, Abenteuer, Dinge, die du angehen willst, Dinge, für die du brennst, ja. Vielleicht auch jemanden, den du gerade kennenlernst, wo es gerade nicht wichtig ist und du es nicht jedem erzählen solltest. Ja, das ist jetzt einfach gerade dein Weg. Und du brauchst auch keine Bestätigung von anderen für diesen Weg. Und ich habe hier wirklich den Eindruck, ich möchte jetzt noch mal reinschauen, was, was, ja, zu diesem für dich behalten, was, was kommt da noch? Ja, guck mal, schon wieder auch das Thema, was wir hier haben, das Thema Konkurrenz, Neid, vielleicht, bist du dann zu sehr, ja, wie soll ich sagen, du hast dann zu sehr das Gefühl, oh Mann, ich muss mich rechtfertigen, warum ich diesen Weg gehe oder die Freundin traut mir nicht zu irgendwie, dass das jetzt eine tolle Beziehung dieses Mal wird oder, ne, solche Dinge habe ich hier oder in der Arbeit, ja. Vielleicht musst du nicht eben erzählen, was du gerade, wo du dich gerade weiterbildest. Solche Sachen, nur mal als Beispiel, ja, deine Pläne, deine Vorhaben, deine großen Visionen, achte sie und hüte sie wie dein Augapfel im Moment. Stillstand hier auf der Rückseite auch nochmal zeigt mir, behalte es für dich, geh in dich, mach das mit dir aus, ja, du brauchst gerade auch von niemandem die Zustimmung. Du brauchst es gerade nicht, ja, also hier geht es gerade ganz viel darum, dass du jetzt einfach wirklich weißt, dass das für dich der richtige Weg ist, dass du da losgehst und ich habe hier wirklich, wenn es hier um eine Beziehung geht, dann habe ich hier die absolute Herzverbindung, aber du darfst hier vielleicht nochmal mit einem Ex-Partner abschließen. Auch jobmäßig habe ich hier wirklich dieses, diese Themen gut genug sein, hier zurückzulassen, um im Business wirklich voranzukommen und ich habe hier wirklich ganz, ganz stark dieses Thema, dass du ganz entspannt dann deinen Wert kennen wirst, aber da liegt noch was in der Vergangenheit, was dich gerade immer wieder zurückzieht, ja, und da darfst du jetzt dein Augenmerk einfach hinrichten und jetzt einfach so, ach spannend, da habe ich noch eine Fessel und die darf ich durchtrennen, ja, also das ist das Thema, es geht jetzt auf zu was Neuem und jetzt schauen wir noch rein, was sagt denn hier das Greenwich-Orakel noch? Was sagt das Greenwich-Orakel noch? Ui, zwei Karten, die nehmen wir. Produktivität haben wir hier einmal, also das ist gerade so die Energie, die jetzt auch kommt, ja, die Energie, die dir zur Verfügung steht, dass du produktiv bist, dass du eigentlich auch genau weißt, was es jetzt zu tun gibt für dich, ja, der Kürbis, das ist auch so eine geerdete Frucht, das ist genau das, ja, du möchtest ja in die Erdung reingehen, in deinen Wert auch und du hast auch Lust dafür, etwas zu tun und du bist auch bereit, jetzt hier wirklich für das, was du willst, loszugehen, ja, und die nötigen Schritte quasi zu gehen und dann haben wir die Dahlie, sagt man das so, Dahlie auf Deutsch, ja, ne, die Dahlie und für mich steht die hier für das Thema, dass du sehr fein, ja, feinfühlig, fein mit dir und mit deinen Träumen umgehst eben, ja, dass du da auch schaust, hey, was ist so, ja, dass du da ganz zart zu dir bist und dass du auch weißt, deine Träume, das, was du vorhast, das ist eine zarte Blume, die gerade erblüht oder diese Beziehung, ja, das ist gerade was Feines und du brauchst dann nicht 100 Menschen, die sich da einmischen, ja, in so einem Gerangel und ihre Meinung teilen und so weiter, dass es gerade nicht was relevant ist und die Blume ist eben so zart, dass du einfach gucken musst, dass der Nährboden gut ist und dass es nicht auf dem Nährboden der Vergangenheit wächst, wo einfach Dinge auch nicht gut waren, sondern dass du einen guten Nährboden schaffst und wirklich die, wie haben wir ja gesagt, Steinbock ist auch das Erdelement, also wie darf das Erdreich sein, damit das gut wachsen kann, ja, was braucht es für Bedingungen und manchmal braucht es einfach so ein kleines Schutzhäuschen am Anfang, damit eben nicht der Wirbelsturm kommt oder der Orkan oder der peitschende Regen und das Ganze zunichte macht, manchmal muss man erst mal am Anfang mit Pflanzen schützen, erst mal im Gewächshaus großziehen und das ist das, was ich hier so habe, so dieses für dich behalten, bei dir sein und eben auch schauen, wo sind die Stürme der Vergangenheit, die jetzt meiner kleinen sanften Blume hier schaden könnten und deswegen eben da ganz klar zu gucken, von was du dich eben trennst und dann eben auch sehr fein zu sein, dass das in einem geschützten Rahmen erst mal wachsen kann, dass du auch in einem geschützten Rahmen reinwachsen darfst, in das, was du hier vorhast oder in diese Beziehung, in diese Vision, in diese Vorhaben, ja, dass du dir erlaubst, da wirklich Wurzeln zu schlagen, ja, auch hier wieder das Erdelement, die Königin der Münzen, also das ist hier ganz wichtig und das wollte dir die geistige Welt jetzt gerade unbedingt sagen, ja. An dieser Stelle möchte ich dich auch einladen, wenn du das ganze Jahr über in 2024 einfach diese Guidance von der geistigen Welt haben möchtest, dann hol dir Magical 12. Das ist zum einen eine Rauhnachtsbegleitung, wo ich dich über die Rauhnächte hinweg begleite mit dem Tarot, aber zum anderen bekommst du dort auch zwölf Monatsvorschauen für das ganze Jahr 2024, sodass du jeden Monat dich eingerufen kannst und mit der geistigen Welt einstimmen kannst, wie stehen denn die Energien, worauf sollte ich gerade achten und was geht's gerade hier für mich, ja. Also hol dir das gerne aktuell noch für 44 Euro, inklusive sogar einer Abschlusszeremonie live mit mir, online natürlich, aber live, wo wir wirklich das Jahr 2023, die Vergangenheit dann auch wirklich zum Ruhen bringen und 2024 Krafttür eröffnen. Also vielleicht ist das dein Calling, da freue ich mich sehr. Ansonsten freue ich mich von dir in den Kommentaren zu lesen, abonniere auch gerne meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast, um keine Legung zu verpassen und gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und aktiviere für dich hier mit diesem Daumen auch für dich diese Legung und die Botschaft der Legung, ja. Vielen Dank, dass du da warst und dass du mir dein Vertrauen schenkst und ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ihr Lieben, ganz viel Freude beim Aufziehen deiner wundervollen Pflanze hier, die Party.